Spannende Musik Spannende Musik Spannende Musik Spannende Musik Mauers hat da sein Surfbrett, sein Puddleboard parkiert Das klauen sie nicht Das klauen sie nicht Nein, wir haben ja Schlösschen Ja, und das Ding und das Puddle kannst du auch noch rausreissen Nein, das ist eben so, wie du siehst, oben und es geht nicht aus Du musst es sagen Wie heisst der andere da? Matteo Matteo, ja Mauers und Matteo gehen ins Surfbrett Ist das der neueste Geilergag Wie hast du den Platz da bekommen? Stand Up Paddle Das sind meine gute Beziehung zu der Gemeinschaft Oh ja? Mauers hat gerade einen Gleichgewichtstest bei mir gemacht Ich meine, ich hätte ihn eh bestanden aber er hat irgendeine Droge Was macht denn das Wendel? Ist das gesund? Es tut ein elektromagnetisches Feld um dich herum Bildern und innerhalb des Feldes ist die Köpfe viel besser Stimmt das? Ja Schick mir den Link Du bist stabiler, du hast mehr Kraft und kannst länger füllen Du weisst, es geht doch alles online Ich denke auch Es geht doch um 10 Schritte Du wirst die Paddle dreht auf Rapperswein Das ist ja am Schluss da definieren Wird die Paddle dreht auf Rapperswein Ja, das ist irgendwie die Gewichtung Matteo, woher du Paddle bist? He? Hä? Hast du jetzt so ein Bandchen an? 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 Also viel Spass, zwei gestörten He? Du bist selbst nicht, du kannst nicht mit dem Motor Hattest du Zeitern Also viel Spass Hattest du Zeitern Die machen jetzt direkt so einen Kampf Hattest du Zeitern Also tschau zusammen Also tschau zusammen Gtime